It's your boy! Willkommen zum heutigen CSGO-Video. Als erstes gibt es noch eine kleine Ansage. Und zwar gibt es heute eine... Ah, ich hab's schon eingegeben. Sehr schön. Glock 18. Water Elmantle. Im Livestream-Giveaway. Also in diesem ganz normalen Giveaway, in dem jeder teilnehmen kann. Egal, ob man ein Abonnent ist oder nicht. Follower oder nicht. Wie auch immer. Um 18 Uhr beginnt der Livestream. So wie jeden Donnerstag. Bis gleich. Aber jetzt brauchen wir schon noch ein Matchmaking. Oh, es ist das 2 geworden. Herrlich. Jetzt bin ich echt gespannt, wie der Hasel läuft. Das 2 war schon länger nicht mehr da. Hello, sir. Oh no. This was so knaped me, dude. So, ich hab A angesagt. Und der eine hat HF geschrieben. Und ähm... Wow, 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 wow. Oh mein Gott, Alter. Von Pit wird so hart reingeballert. Aber er kommt auch nicht her. Bomb ist Pit. Die rotieren. Auf B oder halt Short. Wie auch immer. Ja, Nade on A. I'm low. Bomb down on Short. One is on A at least. Sehr gut, sehr gut. Komm, komm, komm. Kollege, du musst schon helfen. Willkommen. Die Russian. Beeil dich. Kollege, was macht denn Gelb? Anstatt einfach auf die Kiste zu springen und ihm zu helfen. What? Wo war der letzte Team? Ja, zum Glück haben wir so viele Kids gehabt. So sieht es nämlich aus. Reißt euer Team nicht in den Lost rein, indem ihr vergesst, die verschissenen Kids zu kaufen. Und das ist wirklich absolut wichtig. Bomb down. Oh, oh. Eine Scout beschützt die Bombe, aber von sehr, sehr weit weg. Lower Tunnels. Scheiße. He's coming. Komm, grü. Den hast du. Den hast du. Oh, nein. Was macht denn jetzt Orange? Warum geht der? Hey, ist der? Lower Tunnels ist eine angesagte andere bei T. Er hört uns nicht? Ich glaube, er hört uns nicht. Sonst wäre er nicht so dumm gestanden. Er hätte doch easy den Lower Tunnels killen können. Von hinten. Woo! A down. Das war ein knappes Ding. Die Nate hat mich böser erwischt da, VB. Dass Tandy so close geschmissen hat, war dreist. Orange sagt doch nicht an, wohin er geht. Er geht einfach jede Runde woanders hin und callt nicht. Just wait. Let him come. Alter Grün. Nice. Gut, er wollte den Ace haben. Das kann ich natürlich schon irgendwie verstehen, aber ich würde trotzdem die Runde nicht aufgeben für den Ace. Hätte er jetzt einen Lucky Shot gefressen, wäre es unangenehm geworden. Ah, okay. Ich verstehe schon, warum Orange nicht mit uns talkt und uns auch scheinbar nicht versteht. Ich verstehe nicht, wie man in ein Spiel reingehen kann, von dem man genau weiß, da wird Englisch gesprochen. Ja. Und dann, ähm... Window down. Du weißt genau, ich kann kein Wort Englisch. Ich verstehe kein Wort Englisch. Ich gehe trotzdem rein. Alter, er geht so ab. Ich gehe jetzt short halt mal vor, um vielleicht auch was snacken zu können, weil, ja, ich sehe halt keine. Der geht echt ab. Dieser MR-TN ballert. Der ballert richtig. Ich habe Orange wieder bei mir hier auf Long, das heißt, er wird nichts sagen, wenn er tot ist. Shot one. No. Du Sekhari, Alter. Uff. At least one, maybe two. Another one. Shit. War schon gut. Also so ein kleiner Win wäre natürlich lecker jetzt hier, um den Lem wieder zu festigen, auf jeden Fall. Heute ist ja auch wieder ein High-Game im Livestream, das heißt, auch wieder eine Chance, einen weiteren Winner hinzufahren, natürlich, klar. Und auch wieder ein Low-Game, ne? Also für alle, die ganz neu in der Geschichte sind, es gibt in jedem Livestream ein Low- und ein High-Game. Das heißt, einmal alle Ranks unter LE und einmal alle ab LE bis Global, damit jeder mal mitspielen kann. Die gibt es immer in jedem Livestream. Schade, dass jetzt nur einer kam. Aber naja, vielleicht kommen jetzt alle mit Pistols direkt vor mich. Was macht denn unser Revolver-Boy? AFK, aha. Finde ich nicht gut. Long A. They're coming. Alter. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt, Jungs? Ich gehe jetzt mit IUP auf A. Also wir haben jetzt gerade vier Runden am Stück verloren. Nichts ist passiert. Einfach nur, ich bin der Letzte. Ich bin wieder der Letzte. Die Tees bleiben hier am Spawn. Mein Team rusht einfach hin und stirbt. Und dann stehe ich da. Niemals übermütig werden. Wenn man mal ein paar Runden Luck hatte, weil sie eben halt direkt in die Flinte laufen, sollte man nicht meinen, dass man jetzt auf einmal Gott ist und sie ständig überraschen kann. Wir haben jetzt vier Runden am Stück einfach verkackt. One down. Oh, scheiße. Warum ist er ich schon? Tja, also das war auf einmal behindert. Schade. Als wenn es ganz junge Menschen wären, die nach einer guten Runde oder nach ein paar guten Runden glauben, dass sie extrem auf einmal voll reinpressen und das übertreiben müssen. Und dann einfach reinrennen und jede Runde verlieren. One down. One down. Got a headshot or no? Alter, kann mir vielleicht mal jemand nochmal helfen? Dankeschön. So, die Runde war ja ganz gut. Er muss jetzt noch nicht jedes Mal die Rundbombe wegschmeißen. Let's take. Oh, oh. Rush me da unten rein. Okay. Go and plant. Wir machen einen kleinen A-Long-Rush. Okay, gut, gut. Da unten sind sie am hustlen. Äh, ja. Bei T sind sie die ganze Zeit am Spawn gecampt. Bei CT rennen sie die ganze Zeit hoch. Äh. Irgendwie spielen die ganz merkwürdig. He's down. Tja. Ich hab da mal noch einen dritten. Ah, von hinten kam noch einer. Ah, ich hör schon. Ja, ja. Naja, immerhin den einen aus den Schuhen rausgeballert. Jetzt hat der eine Dödel schon wieder voll gekauft, ne? Wir machen einen kleinen Pistol Force und er kauft wohl. Eine Acker und vier Diegel. Uh. Uh, 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 schickes Gerät. Und jetzt kann halt Orange wieder nicht kaufen. Naja. Es ist so ein bisschen wie Spiel mit einem Bot. Er ist zwar da und kann, oder könnte auch Kills machen, aber er kauft, was er will. Droppt nicht. Stinkt vor sich hin. Aber der Win müsste drin sein. Komm. Es ist an sich ein gutes Team. Mein Gott, habt ihr schon wieder krank? Immer noch? What the fuck? Wie hart haben die den runtergekauft? Er kauft voll. Oh mein Gott. Ist der, ist der komplett bescheuert? Wollen wir gerade verlieren, oder was? Habe ich, habe ich jetzt ein Meeting nicht mitbekommen, wo wir gesagt haben, dass wir verlieren? Guck dir das Geld an. Das ist doch wieder abgefuckt, oder? Was, was ist denn unsere Planung gerade? Oh, zwischen die Füße. Oh, in. Komm. Nice. Oh, oh, oh. Die pushen echt wieder durch, per Mitte. So wie er schreibt. Das ist doch unglaublich, oder? Die pushen mit der, mit der UMP und der AWP. Durch die Smoke durch. Oh, 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 oh. Nice. Das ist okay fast. Purple, you need to take the bomb, please. Oh, one on A. I'm low HP. Without. One elevator, one. Nah. Komm, 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 ihr müsst durch, ihr müsst durch. Oh, oh, oh. Purple, versuch einfach schnell zu legen, bitte. Ist da oben einer auf A? Ne, oder? Ist das ein Durcheinander? Das gibt's gar nicht. Wir gewinnen zwar irgendwie, aber es ist ein absolutes Durcheinander. Ich hab auch keinen Plan, wie die spielen, ey. Wenn wir gescheit spielen würden, könnten wir ja auch dementsprechend halt dann auch Oh, 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 rangehen. Another kill on A. Two down on A. Nice. Na gut. Das war's dann wohl für die. Heute im Stream schaffen wir doch bestimmt, dass es alles so ein bisschen geregelt abläuft, oder? Nicht so... Oh, shit. Er holt drei, Leute. Oh, 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 oh. Hopp, Jungs, bitte. Wir dürfen jetzt nicht verlieren gegen die Nasen. Ich mach jetzt keinen Schritt mehr alleine. Ich chill jetzt sowas von haarig mit den Kollegen. Ich geh mit Grün auf B. Should we go beat together, guys? Green is on. Morning, Doubledores. Komm, das haben wir jetzt. Wir haben zwei Kills. Wir haben die Bombe gelegt. Hier hinten haben wir keinen vergessen, oder? Und jetzt chillen wir einfach unsere R-Sharp. Heidenei. Gibt's doch gar nicht, oder? Wie kann man nur so ein knappes Spiel machen? Bei Gegnern, die wirklich durchgedreht sind. Also, wir haben halt nicht adaptiert. Irgendwie ist es adaptiert, obwohl es sich so einfach anhört, wenn man es durchdenkt. Gar nicht so einfach. I can drop. Jetzt zumindest noch 50 Punkte wären lecker, aber da müsste ich jetzt absolut reinhauen. Das will ich nicht schaffen. Ich hab jetzt gerade 41. Naja, ich bin froh, dass es jetzt... Ah! Ich bin froh, dass es jetzt kein Lose ist, sondern maximal ein Draw. Das ist nicht so schlimm wie... Ja. Let's try B. Behind B. Oh! He's T-Spawned. I threw my smoke in the molly. It just continued burning. Hm. Was war da los? Draw? Immerhin. Was soll's? Komm. Fast die Hälfte vom Team ist schon gelieft. Naja. Ich bin, ja, jetzt nicht zufrieden, aber ein Lose-Feld ist wirklich drastisch gewesen. Hätte ich jetzt keinen Bock drauf gehabt. Und wenn unser Russo nicht so retarded gewesen wäre und einfach kauft, wenn wir eine Eko machen oder alleine rumläuft, dann wäre das, denke ich, auch noch ein Win geworden. Aber man kann nicht alles haben. Ich bin zufrieden, ja. Wir sehen uns jetzt dann gleich im Livestream. 18 Uhr geht's los. Es gibt unter anderem die Water Elemental. Ja, das wisst ihr. Aber auch natürlich noch andere Sachen. Ich lese euch mal vorkommen. Es gibt neben der Glock 18 Water Elemental noch eine Tech9 Fuba, einen Sticker G2 Esports, ähm, Katowicz und ein Graffiti. So wie immer. Vier Sachen, na? Die gibt's zu jedem Livestream, nur dass ihr Bescheid wisst. Okay? Sehr schön. Vielen Dank für die Kommentare. Vielen Dank für die Daumen. Bis gleich im Livestream. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.